Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nr. 30, dem vorletzten Türchen vom Star Stable Adventskalender. Wir sind jetzt bei den letzten zwei Türchen. Ich bin gespannt, was wir in diesem Türchen noch haben werden. Eigentlich steht nichts mehr an. Ich tippe auf zwei Lückenfüller-Türchen, die noch offen sind. Das heißt, da wir beim letzten Mal Wintermarken drin haben, tippe ich darauf, dass jetzt wirklich noch abschließend Wintermagie drin ist und im letzten Türchen dann vielleicht irgendwie sowas, was sylvestermäßig passen würde, wie eben Raketen oder irgendwas in der Art, da wir ja jetzt auch den 300 Star-Cons-Codes schon außerhalb des Kalenders bekommen haben. Ich bin gespannt, was wir drin haben. Wir haben drin dieses Mal, ich denke... Ohrringe? Londoner Nebel? Was? Okay. Ähm... Ja gut, äh... Ja, die sehe ich bei meiner Frisur irgendwie gar nicht. Ähm... Ich gucke ein bisschen bekifft. Okay, also... Ich sehe sie nicht wirklich, aber okay, cool. Der Blick. Wir haben Ohrringe in unserem aktuellen Sache drin. Also nochmal was drin, was wir doch nochmal gebrauchen können, auch ab Level 1 neue Ohrringe. Und da bin ich gespannt, was ihr sozusagen habt. Wie fandet ihr den Kalender eigentlich so bisher? Es gibt auf jeden Fall nochmal ein Fazit-Video. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!